hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen part von let's play rogue company so heute wenn ich einfach nur versuchen kills zu machen die runden gut zu spielen und wenn ich das auch wirklich gut mache dann erreich ich hoffentlich okay eigentlich bräuchten wir einen heiler dann nehme ich dahlia und wenn ich das auch wirklich gut mache erreiche ich heute hoffentlich kontostufe 100 das wäre natürlich auch richtig schön wenn es heute gelingen würde okay okay gut hey den ironien skin ja gut dann versuche ich mal mein bestes und ich will ohne nicht ich will ich will ich will hier verändern mit den klaffenden wunden das ist gut das ist richtig gut und nur so ich glaube auf der map hier habe ich noch nie oh die gehen aber rüber die gehen hier rüber ich denke auf der map hier habe ich noch nie ja genau oh nicht gut warum treffe ich denn den nicht das gibt es doch nicht rauf da warum geht der warum geht die da nicht rauf junge so boom junge und entschärfen sehr gut okay ja doch das war ganz gut wo ist das nein das ist nicht der doktor durch respekt waffen skin schade okay ja gut das objektion und rettung sanke oh das ist gut jetzt kann ich sie schneller wieder die hat nicht die sniper genommen oder ich meine die hat nicht zu b zu b zu b leute jetzt bin ich der einzige bei b das ist kein guter spot und als ob die jetzt doch zu argen sind das gibt es doch nicht und gut freunde das ist ungut okay gib mir die nade und gib mir doch wieder klaffende wunden das mit der verzögerung bis zum einsetzen der regeneration das ist doch ganz gut finde ich so okay und die hat tatsächlich die sniper ganz allein will ich sicherheit hier aber nicht lassen ja komm ne komm ne ja na ja 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 Was ist das? Boah, das ist, wenn man die Maps nicht kennt, ist das hier richtig hart. Lass ihn kommen, lass ihn doch kommen. Okay. Ja, gut. Oh, die Aussicht. Das ist schon gut gemacht. Das ist schon ganz gut gemacht. Dann will ich dir das Upgrade. Ja, doch. Und das war's. Und ich nehme mir wieder die klaffenden Wunden. Die sind ja einfach das Beste, finde ich. Weil Ronins passive Fähigkeit bringt mir hier nichts. Die von sich halt auch nicht wirklich. Okay. Und a Rebar Gators. Was hast du mir so gedacht? Na, wo ist er? Da ist er! Verdammt. Oh lol, da ist ja noch einer. Oh, sweet. Äh, hallo. Danke. Warum hat das gerade nicht funktioniert? Oh, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen um meine Maus. Ich habe gerade, also ich habe gerade den dritten Maus-Button reingedrückt und das hat irgendwie nichts gemacht. Das war gerade kurz beängstigend. Ähm, ja gut, dann geben wir das und upgraden die Nate und geben mir, geben wir die klaffenden Wunden. Eigentlich will ich, ja gut, okay. Weißt du was? Ich will sie. Damit, bin ich immun gegen Verlangsamungseffekte und ich kann schneller crouchen. Ist, denke ich, ganz nett. Ai! Ja, genau! So, vreugd. Aaaaaaah. O, 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 o. O, 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 o. O, 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 o. O, o, o. O, 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 o. Äh. Okay. Gebe die Nate und das brauche ich nicht. Sechste Runde. Dann spare ich noch mal und ich will trotzdem auch lieber klaffende Wunden. So, ich gehe zu B. Ich gehe direkt zu B. Weil, warum auch nicht? Oh ja. Oh, nicht gut. Warum hat das Feuer so viel Schaden gemacht? Wie kann das sein? Äh. Äh. Komm schon. Komm schon. Woll das Schild raus. Warum? Warum? Ähm. Oh. Uuuh. Mm. Hm, 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 hm. Okay, voll rein. Ich sagte Jens bestimmt wieder zu B, weil warum auch nicht? Darum nicht. Verflucht. Nein, nein, nein. Ah, hallo, revive. Bitte. Hallo? 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 Hm. Ja genau, und dann aufgeben wollen. Sicher nicht. Sicher nicht. Gib mir irgendwas, was reinhaut. Irgendwas, was richtig reinhaut. Scorch. Scorch hat richtig gut rein. So. Oh. Hm. 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 Okay. 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 Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe und ich will zu B. hier. 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 Wo bleibt? Hm. Sekret. Wo geht unser Glitch hin? Also. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist aber nicht so einfach Ja genau Ja genau, 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 genau Verdammt Uff, 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 uff Okay, hier lang Seh ich Seh ich richtig gut Ah, das ist die Arbitrator Oh nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut Nein, 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 nein Oh, das war, wo ist die Bombe denn geplantet? Als ob das geht. Als ob man die da oben drin planten kann. Junge, was ist das denn für ein Spot? Hey, das ist doch das... Geht das das... Nein! Oder? Ich meine, das ist doch nicht... Nein! Was für ein Spot ist das bitte? Und wir versuchen es wieder! Oi! Ah ja! Oh mein Gott! Die Bombe! Bombe active. Don't let them disarm it. Lethal out! Time down! Die! Enemy spotted! Shit! Blame high! Blame high! Blame high! Uh! Leider ungut. Okay, 2 gegen 2. Das ist machbar. Das ist so... Machbar, eigentlich. Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Aber das ist gut! Das war knapp. Das war viel zu knapp. Das war viel zu knapp. Okay. Aber was war... Was sind das hier für Spots, Leute? Ähm, oh yo! Bei der Arbitrator habe ich denn... Meiner Skin. Oh, der gefällt mir auf der Waffe irgendwie nicht so ganz. Ich kann damit arbeiten. Ja, das... Dann gebe ich mir noch das. Und dann geht es runter. Ähm... Boah, aber die Arbitrator... Ich habe immer gerne... Shotguns mag ich an und für sie nicht so, weil sie... Einerseits keine Reichweite haben und weil sie andererseits... Äh... Nicht so schnell schießen können, aber... Die ist richtig nice! Also so richtig... Richtig nice! Und mit Scorch... Das Fähigkeit macht die auch noch... Richtig schön Schaden. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, verflucht. Ungut. Mega... Ungut! Hm... Da hatte ich Panik. Wegen nem C4. Schade, eigentlich. Wirklich schade. Was? Hm... 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 Oh, wir nehmen die. So, Freunde. Mit C4 nehme ich weniger Schaden durch Explosionen. Und wir haben mindestens noch... Noch zwei Runden. Das heißt, ich... Müsste... Also es müsste mir eigentlich möglich sein... 25 Rüstung zu sparen. Eigentlich. Oh, da ist der oben rein. Oh, da ist der oben rein. So,... Oh, ist der oben rein. Oh, naja... Musik. Oh, das ist der oben rein. Es würde auf die Runde kommen. Also... Manchmal wünsche ich mir in dem Spiel wirklich so eine Killcam. Oh nein, Moment, das ist schon die letzte. Okay, das ist dann doch etwas ungut. Hm. 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 Hm, Hermann. Ich nehme nicht an, dass ich hier das Level abkriegen werde. Oh mein Gott, nein. Wisst ihr was wir dann machen? Dann hole ich es mir im nächsten Platz in einem Ranglisten-Match. Vielleicht, oder so sagen wir es so, wahrscheinlich mit Glitch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.